Hat denn wirklich jemand etwas anderes erwartet? Lauterbach erklärt, Deutschland braucht keine Corona-Aufarbeitung. Ein Kommentar von Alexander Schwarz auf ansage.org am 25. September 2023. Wer noch eine allerletzte Hoffnung darauf hatte, dass das epochale Corona-Verbrechen in Deutschland je noch aufgearbeitet würde, kann sie wohl endgültig begraben. Wo die Täter weiter am Drücker sind und eine fließende Kontinuität ihrer politischen Wahnvorstellungen seit Beginn der Pandemie bis heute Karl Lauterbachs Gesundheitsministerium erklärte auf Anfrage der Welt mit unglaublicher Dreistigkeit, die Regierung habe die Lehren aus der Pandemie doch längst gezogen. Die Früherkennung sei verbessert, die Meldewege seien digitalisiert, die Produktionskapazität für Impfstoff gesteigert, eine Long-Covid-Kampagne gestartet und international trete die Bundesregierung für angepasste Reaktionsmechanismen ein. Außerdem sei eine Enquete, also eine amtliche Befragung, Erhebung oder Untersuchung Sache des Parlaments. Das ausgerechnet Lauterbach, der allerletzte ist, der sich ein anschließendes Urteil über die politischen Corona-Verbrechen erlauben dürfte, weil vor allen anderen er selbst, wie auch sein Amtsvorgänger Spahn, Gegenstand einer umfassenden und schonungslosen Aufarbeitung sein müsste, wird natürlich nicht weiter thematisiert. Von Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier kam keine Reaktion. Sein Vorgänger Joachim Gauck ließ verlauten, dass er zum Thema Pandemie nichts mehr sagen möchte. Die Verantwortlichen und Mitläufer ducken sich also weg. Von Impfschäden und den völlig gescheiterten Freiheitseinbußen wird ohnehin nicht mehr gesprochen. Dafür gelang es mit tatkräftiger Hilfe der Manipulationsmedien, das pseudowissenschaftliche diagnostische Artefakt Long-Covid als Wieselwort für alle Altlasten. Vor allem die Impfschäden selbst zu etablieren, dank dessen inflationären Gebrauch sich die Täter weiter als mitfühlende Helfer inszenieren können. Und die Pharmakonzerne können sich derweil weiter an ihren Milliardengewinnen erfreuen. Weil Politik, Unternehmen und Medien eine Komplizenschaft eingegangen sind, halten sie nun auch weiterhin zusammen, um zu vertuschen, was sie angerichtet haben. Anderswo Rückkehr zu Vernunft und Selbstkritik. In anderen Ländern derweil sind zumindest teilweise Vernunft und Anstand zurückgekehrt. Letzte Woche beschloss das slowenische Parlament ein Gesetz, das nicht nur die Strafen aufhebt, die wegen Verstöße gegen die Restriktionen verhängt wurden, sondern auch bereits bezahlte Strafen samt Verfahrenskosten zurückerstattet. Der Staat bat seine Bürger ausdrücklich um Verzeihung und die Regierung gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das Volk das verlorene Vertrauen in den Rechtsstaat wiederfinden möge. Undenkbar in Deutschland, wo Selbstkritik, Reue, Eingeständnis, politischen Versagens und Wille zur Vergangenheitsbewältigung traditionell schwach veranlagt sind und sich in den letzten 20 Jahren eine dumm dreiste Arroganz der Macht herausgebildet hat, die Verantwortungsübernahmen und damit Rücktritte von Politikern zur absoluten Ausnahmemacht. Und in Großbritannien erklärte Jenny Harris, die Chefin der UK Health Security Agency, bereits vorsorglich, den Menschen bei eventuellen künftigen Pandemien wesentlich mehr Selbstverantwortung zuzugestehen. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Bevölkerung ihre Kontakte von sich aus reduziert habe, auch nachdem es keine Zwangsmaßnahmen gegeben habe. In Zukunft werde man sich eher an der Vorgehensweise von Schweden orientieren, wo es keine Lockdowns oder ähnlich drakonische Maßnahmen gegeben hatte. Vor allem in Deutschland hält man hingegen unerbittlich an der angeblichen Richtigkeit der Corona-Maßnahmen fest. Hier gibt es nicht einmal ein minimales Zugeständnis, dass man irgendwo falsch gelegen haben könnte und künftig einen anderen Weg einschlagen werde. Da die nächste Pandemie bestimmt kommt, wird es in Deutschland also wieder dasselbe brutale Regime geben.